Moin, herzlich willkommen bei VP Uniflot, ich bin Frank Schmalowski. Heute geht es um eine neue Förderung, die KfW 442. Hier geht es um bis zu 10.200 Euro für die Förderung von PV, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur. Bleibt dran, weiter geht's nach dem Intro. Endlich ist sie da, die lang erwartete Kombiförderung für PV, Batterien und E-Mobilität. Und ich kann vorab sagen, für die, die die Förderbedingungen erfüllen, für die lohnt es sich richtig. Denn die Förderung soll bis zu 10.200 Euro pro Projekt gehen, realistisch wären 9.600. Das hängt mit bidirektionalen Wallboxen zusammen, die es noch nicht gibt. Im Topf sind insgesamt 500 Millionen Euro, das reicht dann also für etwa 50.000 Anlagen. Im Detail werden dann PV-Anlage mit 600 Euro pro KWP, maximal 6.000 Euro, Speicher mit 250 Euro pro Kilowattstunde, also maximal 3.000 Euro und Wallboxen mit 600 Euro, bidirektionale mit 1.200 Euro gefördert, aber die bidirektionalen gibt es ja noch gar nicht. Okay, die Einspeisevergütung bleibt bestehen und das Ganze ist ab 26.09. auf der KfW-Seite zu beantragen. Kommen wir zu den Voraussetzungen. Also es gilt nur für Privatpersonen, also nicht für Firmen. Die Installation muss an einer eigenen Immobilie in Deutschland sein, also Finca auf Mallorca läuft auch nicht. Es gibt nur eine Förderung pro Gebäude. Es darf kein Ferienhaus sein, keine Eigentumswohnung oder ein vermietetes Objekt, keine Neubauten vor dem Einzug. Ein batterieelektrisches Vehikel muss vorhanden oder bestellt sein. Die komplette Neuanschaffung von PV-Speicher und Wallboxen ist Voraussetzung. Es sind keine Kombinationen mit anderen Förderungen möglich und die Investitionssumme muss mindestens der Förderhöhe entsprechen. Da sagen einige Leute schon, gut, da werden denn die gefördert, die eigentlich keine Förderung brauchen. Da ist ein bisschen was dran. Andererseits ist es ein bisschen schwierig, andere zu fördern. Also hier müsste man vielleicht nochmal irgendwo für Mietobjekte auch eine vernünftige Förderung auflegen. Die weiteren Bedingungen sind relativ simpel. Die PV-Anlage muss mindestens 5 kWp groß sein, also keine Balkonkraftanlage oder ähnliches. Der Batteriespeicher muss mindestens 5 kWh haben und die Wallbox mindestens 11 kW groß sein. Und aus der KfW-Liste sein, die im September irgendwann veröffentlicht werden. Gefördert werden auch alle Installationsarbeiten sowie ein Energiemanagementsystem, um dann die Stromflüsse zu steuern. Dann habe ich hier noch ein paar kleine Beispiele. Hier die Mindestausstattung mit 5 kWp PV, 5 kWh Batteriespeicher und 11 kW Wallbox. Da würde es zum Beispiel eine realistische Größenordnung sein, 8.500 Euro für die 5 kWp PV-Anlage. Da gibt es 3.000 Euro Förderung für Batteriespeicher inklusive Installation wäre ungefähr 4.500 Euro für den 5er. Die Größenordnung Förderung ist 1.500 Euro und für die Wallbox plus Energiemanagementsystem-Installation ungefähr 2.500 Euro. Da gibt es dann 600 Euro Förderung für. Gut, heißt wir haben eine Investition von 15.500 Euro minus 5.000 Euro Förderung. Das ist dann ja gut ein Drittel und der Eigenanteil wäre bei 10.400 Euro. Das ist schon eine hochinteressante Förderung. Im zweiten Beispiel haben wir jetzt die optimale Fördergröße, nenne ich es mal, mit 10 kWp PV, 12 kWh Batteriespeicher und wieder der 11 kW Wallbox. Hier liegt die PV-Anlage bei 10 kW ungefähr bei 17.000 Euro. Da gibt es dann 6.000 Euro Förderung für Batteriespeicher bei ungefähr 10.000 Euro mit 3.000 Euro Förderung. Und Wallbox plus Energiemanagementsystem ungefähr 2.500 Euro. Der Preis bleibt dann ja gleich. Insgesamt Investitionen knapp 30.000 Euro Förderung, 9.600 Euro. Eigentanteil bleibt dann 19.900 Euro. Dann schauen wir uns nochmal so kurz an, welche unmittelbaren Auswirkungen das vielleicht auf den Markt hat. Das ist erstmal ein Nachfragevolumen von etwa 1,5 Milliarden Euro für das Handwerk. Ja, so in dieser Größenordnung dürfte das sein. Etwa 50.000 Anlagen mit je 15.000 Euro Material wird das wohl für den Großhandel bedeuten. Bin ich ja auch von betroffen, deswegen mache ich solche Sachen ja auch. So, und eine Materialverknappung ist nicht zu erwarten, weil das an PV-Anlagen nur 500 Megawatt Peak sind. Das ist ungefähr ein Vierzigstel oder ein Vierundvierzigstel davon, was die Regierung eigentlich in den nächsten Jahren pro Jahr erwartet. Also das spielt keine große Rolle. Was interessant ist, dass die Sektorenkopplung jetzt gepusht wird, also der Eigenverbrauch damit massiv erhöht wird, dass du dein E-Auto komplett zu Hause laden kannst. Das ist schon eine recht coole Geschichte, das so zu machen. Aber wir haben auch Auftragsverschiebungen von September 2023 auf den Oktober, was so einige Auswirkungen oder einfach Verschiebungen bedeutet für Großhandel und Handwerk. Und die Abrechnung der KfW ist erst ab März 2024 möglich. Weitere Informationen findet man auf der KfW-Seite unter KfW 442 und dort gibt es auch einen netten Vorabcheck. Den hatte ich jetzt schon mal ausgefüllt und wenn man das alles ausfüllt, kriegt man dann schon mal die grobe Auskunft, ob eine Förderung möglich ist oder nicht. Also das ist schon mal ein nettes Feature, erspart viele Nachfragen. Ich denke mal, dass diese Förderung recht beliebt werden wird. Auf mich trifft sie auch zu, also ich werde sie auch beantragen und nach Möglichkeit auch gleich am 26. Wir haben schon öfter gesehen, wie schnell solche Förderungen denn vergriffen sind. Und das war es denn auch schon wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch, ein Abo dalasst oder mal wieder reinschaut bei einem neuen Video von VP Uniflot. Bis dann! Ich sage... Um... Vielen Dank.